Na, ist die Pause schon um an den Märkten? Tatsächlich sieht es ein wenig so aus, zumindest wenn man auf den Dow Jones guckt, denn der schießt ja aktuell nach oben. Ganz kurz zur Einordnung, wir sehen, dass der Markt hier ja sehr deutlich, sehr zügig nach oben gelaufen ist. Das ist eigentlich fast schon ein Klassiker mit schönen Unterbrechungen, so wie das idealerweise ganz gerne sein soll. Jetzt der Rücksetzer ein bisschen höher, als ich mir das idealerweise wünsche. Also wenn da hier noch ein bisschen mehr draufgegangen wäre, wäre noch schöner. Wir können auch noch mal hier im Nachgang, einige von euch haben das ja gesehen, mein Video zum Beitrag, Fibonacci Cluster, je mehr die Linien beieinander, oder je näher die Linien beieinander liegen, desto besser. Das ist hier nicht so richtig der Fall. Dementsprechend kann man auch nur eher raten, wo jetzt der tatsächliche Drehpunkt ist. Jetzt im Nachhinein können wir natürlich schon ganz klar, es war die 127, aber so funktioniert das nun auch nicht, dass man hier auf eine Linie unbedingt setzen muss oder soll, sondern je mehr Linien, desto besser. Es ist typischerweise, hier war das nicht so ein richtig klares Bild. Ich habe mir jetzt auch nicht super viel Mühe gegeben, diesen Punkt zu finden, aber wir sind zumindest mal ordentlich hier nach unten gegangen. Und die Bewegung ist ja latent doch eher korrektiv, denn wenn wir uns vorstellen, das ist hier der Fünfwelle nach oben, 1, 2, 3, 4, 5. Dann hatten wir hier die A, B, C. Wer sich jetzt wundert, wie jetzt, aber der Punkt ist doch höher. Ja, das nennt man Seitwärtskorrektur, ist durchaus nicht selten. Nein, im Gegenteil, die Hälfte aller Korrekturen sehen so komisch verkorkst aus, weshalb wir ja auch so häufig daneben liegen, weil die Dinger einfach blöd zu erkennen sind. Aber auch dieser Teil der Abwärtsbewegung, den wir hier haben, der ist ja nun nicht wirklich, nicht wirklich unkorrektiv, nämlich mit den Gegenbewegungen, die wir hier haben, auch wieder mit Überschneidung, spricht vieles dafür. Das, was wir auch immer hier haben, das eine Korrektivbewegung ist. Falls die irgendwann mal zu Ende ist, dann müsste die nächste Bewegung eine echte Dynamik nach oben sein. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen ran. Echte Dynamik könnte zum Beispiel so aussäen. Ach, das würde ja fast schon passen. Also, damit haben wir gute Voraussetzungen eigentlich geschaffen, dass es jetzt weiter nach oben geht. Und wunschgemäß, damit wir auch noch einen schönen Einstieg, für all diejenigen, die jetzt nicht hier unten irgendwo long gegangen sind, für die, die noch einen Einstieg suchen, wäre jetzt wieder ein typisches ABC-Muster. Nicht so schlecht, um dann eben long zu gehen. So ähnlich, wie wir das hier vorne ja auch haben. Hier war es so ein bisschen verkorkst mit dem einen Zusatzarm, den wir da hatten. Aber, naja gut, gucken wir mal hier, ob das vielleicht ähnlich, wie wir das da vorne haben, hier hinten vielleicht noch wird, ohne dieses kleine Zusatzteilstück da. Im Moment sieht das ja ganz sauber aus. Also, Voraussetzungen gut für die bullische Seite. Der Markt hat also seinen Rücksetzer gesehen. Er ist so nahezu in dem Ausmaß, den wir eigentlich haben wollen. Gibt es erstmal nichts zu maulen. Was würde diese Idee kaputt machen? Naja, wenn wir jetzt statt wackelig runter ABC oder wackelig runter, hier in diesem rede ich jetzt gerade, als nächstes steil runter geht. Das kann natürlich auch passieren, ist nicht so typisch, aber wenn dem so wäre, gut, dann müssen wir halt warten, bis er dann das Spiel wiederholt. Gut, aber wenn er wackelig runter geht oder ABC-mäßig, dann wären das wunderschöne Einstiege. Also nochmal drauf gucken heute im Laufe des Tages. Das ist grundsätzlich ähnlich beim S&P 500. Da ist gar nicht ein großer Unterschied festzustellen. Auch hier ist es relativ wackelig. Da kann man vielleicht sogar noch eine andere Variante fahren, nämlich wenn man sich mal die Zwischenhochs anguckt. Vielleicht wäre sogar dieses hier ein mögliches Einstiegsniveau hier, wenn er da drüber geht auf der Longseite. Denn auch dieses Teilstück ist zumindest mal sehr wackelig. Ich will das mal so ganz grob festhalten. Ich möchte nicht, dass ihr den Eindruck habt, so toll sind solche Marken auch nicht. Im Sinne von, jawohl, wenn er da jetzt durchgeht, ist das das sichere Zeichen für Ruhm, Ehre und Reichtum. Das ist es nicht unbedingt, aber es ist zumindest mal ein Zeichen, dass vorläufig die Geschichte zu Ende ist. Und wenn das jetzt zu Ende ist, haben wir damit gute Chancen, dass das, was wir hier vorne haben beispielsweise, also diese Bewegung, die wir von hier bis zum Hoch da oder da, das tut sich nicht wirklich viel, dass das, was sich hier dann ergeben hat, dass sich das nochmal fortsetzt und damit sogar Chancen, vielleicht sogar bis 4.450, ist ein weiter Weg sicherlich noch. Aber ihr könnt schon sehen, wir hätten wieder ein gutes Stück Platz. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir wirklich bis dahin jetzt den nächsten Schwung hochgehen. Aber zumindest vorläufig erst nochmal ein Vortrieb nach oben wäre schon sehr typisch, wäre eigentlich das Ding, was ich als erstes favorisieren würde. Und daran sieht man schon, dieser Einstieg ist nicht eine Garantie für irgendwas, aber es ist ein Chancenerhör, sage ich jetzt mal. Vielleicht liegt damit die Chance nicht mehr bei 50.50, sondern vielleicht bei 55.45 zu unseren Gunsten. Aber wir sehen, dass wir relativ gute Laufweiten hier hätten, wenn es dann tatsächlich so passiert. Das macht diese Situation attraktiv genug, hier die Lungseite zumindest mal im Petto zu haben. Man kann natürlich im kurzfristigen Chart hier nochmal drauf gucken. Das könnt ihr euch ja selber angucken, wozu das dann entsprechend führen kann. Also haltet das ebenfalls mal im Hinterkopf. So, Nasdaq müssen wir eigentlich gar nicht so arg viel zu erzählen, denn der ist im Moment noch auf der Abwärtsseite unterwegs. Man kann hier natürlich gucken, ob man hier mal ein Cluster findet. Aber das guckt ihr euch jetzt an, wenn ihr, guckt euch selber mal an, wenn ihr das Cluster-Video von mir gesehen habt, dann wüsst ihr ziemlich sicher, was ich meine und habt ihr eine gute Idee, wie man damit umgeht. Also als kleine Übung und als kleiner Hinweis, das könnte hier nochmal spannend werden. Achtet mal da drauf, ob sich das für euch auch so auflöst. So, in diesem Sinne, das mal als kleiner Einstieg jetzt für heute in die Märkte. Euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße. Toi, toi, toi an den Märkten. Bis zum nächsten Beitrag.